Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne verraten, wie ich es hinkriege, schnelle Online-Kurse zu produzieren, welche Tipps und Tricks ich für dich habe und vor allen Dingen möchte ich dir auch den neuen Kurs vorstellen, der jetzt rauskommt. Der Kurs ist noch nicht offiziell erhältlich, aber ich habe ihn fertiggestellt und ich möchte euch einfach mal einen Überblick darüber geben, wie man a. einen Kurs strukturiert, aber auch b. wie man dafür sorgt, dass man ihn wirklich dann relativ fix aufnimmt. Übrigens, ich habe wieder dieses Logbuch hier geupdatet, nämlich der erste Kurs ist jetzt fertig. Ich hatte ja euch gesagt, dass ich ungefähr alle drei Tage jetzt einen neuen Kurs produziere. Es kann gut sein, dass ich an manchen Tagen einen Kurs am Tag machen werde. Es kann auch gut sein, dass an anderen Tagen es vielleicht mal vier Tage dauert, bis ich einen Kurs fertig habe. Ich bin bisher, denke ich mal, ganz gut dabei. Also ich habe jetzt für den ersten Kurs tatsächlich drei Tage gebraucht, nämlich diesen hier, den Nebenerwerb-Meisterkurs, den ich jetzt komplett fertiggestellt habe. Es ist ein sechs Stunden Kurs, den ich aufgenommen habe und es geht dort praktisch darum, wie du dir neben dem Job auch nochmal ein ordentliches Online-Einkommen aufbauen kannst. Erst, wir können ja mal so ein bisschen zumindest über die Inhalte drüber gehen, nämlich praktisch geht es einfach nur darum, wie schafft man es überhaupt mit wenig Zeit am Tag, sich so ein Gewerbe aufzubauen. Dann halt Gewerbeanmeldungen. Welche Gewerbeformen gibt es denn eigentlich? Wie meldet man diese unterschiedlichen Gewerbeformen an? Da natürlich 15 unterschiedliche Wege, wie du Geld verdienen kannst. Da gehe ich ganz, 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 ganz tief in die unterschiedlichsten Themen rein. Dann nochmal das Thema Automatisierung und dann nochmal Zeitmanagement und ein kleines Kapitel rund ums Thema Motivation. Und das alles habe ich jetzt aufgenommen in drei Tagen, nämlich sechs Stunden und acht Minuten praktisch und 53 Sekunden. Viele von euch werden wieder sicherlich sagen, wie kann man denn Qualität liefern, wenn man innerhalb von drei Tagen so viel Content aufnimmt. Ich habe das über die letzten, ja, fünf Jahre eigentlich so gemacht, dass ich immer meine Kurse sehr, sehr schnell aufgenommen habe, weil ich immer zur Nebenzeit noch andere Einkommensströme hatte. Nämlich gerade was Online-Kurse angeht, muss man natürlich sagen, dass Udemy nur eine einzige Plattform ist, über die man Geld verdienen kann. Du kannst zum Beispiel über CyberU Geld verdienen. Ich bin jetzt gerade dabei, mit Pack Publishing zu arbeiten, über Eidonex verkaufe ich Kurse, über Plattformen wie zum Beispiel Stack Commerce und so weiter und so fort. Man hat seine eigene Online-Kursplattform, das Ghostwriting-Unternehmen, das T-Shirt-Business und so weiter und so fort. Und genau deswegen war es auch in der Vergangenheit schon immer so, dass ich eigentlich relativ fix meine Kurse produziert habe. Das heißt, da ändert sich nicht besonders viel dran, bloß jetzt ist einfach nur Folgendes passiert, nämlich jetzt versuche ich halt diese Kurse halt hintereinander praktisch zu produzieren, so dass ich halt kontinuierlich neue Kurse umsetze. Der nächste Kurs, der jetzt kommt, ist ein englischer Kurs, nämlich die Fiverr Masterclass, die ich derzeit hier am Strukturieren bin. Ich habe heute Morgen bereits mit der Struktur angefangen, nämlich das, was ich immer zuallererst mache, wenn ich einen Kurs aufnehme, ist, ich fange halt an, mir eine ungefähre Struktur zu überlegen. Das ist für mich das A und O. Ich überlege mir, was genau möchte ich denn eigentlich meinen Schülern beibringen. Da versuche ich für mich so ein paar Überpunkte zu definieren, zum Beispiel erstmal die Grundlagen, was ist überhaupt Fiverr, wie funktioniert Fiverr. Dann geht es um Fiverr-Gigs, also wie erstellt man zum Beispiel ein Fiverr-Gig und jetzt muss ich mir überlegen, was jetzt noch kommt. Ich denke, es wird vor allen Dingen darum gehen, wie man seine Fiverr-Gigs optimiert, wie man dann die SEO verbessert für die Fiverr-Gigs, wie man dann Kunden rankommt und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen auch nochmal, ja, Fokus-Marketing und wie man zum Beispiel Custom Offers erstellt und so weiter und so fort. Also da habe ich jetzt noch nicht besonders viel geplant, aber das ist zumindest die Aufgabe, die ich mir jetzt für diesen Morgen hier vorgenommen habe, so dass ich damit fertig bin, hoffentlich beim Mittag. Was praktisch ich tue, ist einfach nur Folgendes oder die Strategien, die ich verwende, um relativ schnell Kurse zu produzieren, sind die folgenden. Nämlich zuallererst gehe ich natürlich davon aus, dass ich mich mit dem Thema auskenne und dasselbe soll es auch bei dir sein. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich würde gerne relativ schnell Kurse produzieren, dann ist halt das A und O, dass du dich wirklich mit diesem Thema auskennst. Dass du weißt ganz genau, was du Leuten beibringen musst, damit sie das Thema verstehen und natürlich musst du auch das verstehen, was du deinen Videos beibringst. Und da ist es natürlich einfach wichtig, dass du Erfahrung hast. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich kenne mich einfach mit keinem Thema aus, dann ist es halt wichtig, dass du erstmal in einem Thema dich auskennst, damit du überhaupt erst Kurse online unterrichten kannst. Dann natürlich der zweite Punkt ist, wie gesagt, die Struktur von diesem Kurs. Ich habe ja jetzt den neuen Kurs angefangen, die Fiverr Masterclass, und den strukturiere ich gerade durch. Bei mir ist es meistens so, dass ich schon eine Struktur festlege. Also, ich habe wirklich dann jede einzelne Lektion definiert. Es kommt aber öfter mal vor, dass mir dann noch etwas Neues einfällt und dass ich dann zum Beispiel einfach nochmal eine neue Lektion anlege oder zum Beispiel sage, oh, da fehlt vielleicht was oder hier fehlt vielleicht ein Kapitel oder hier könnte ich was machen, da könnte ich was machen. Da füge ich da meistens nochmal einige Kapitel hinzu oder einige Lektionen hinzu. Da bin ich nicht ganz so perfektionistisch. Meist kommt tatsächlich noch die ein oder andere Idee im Aufnahmeprozess. Und wenn ich mich jetzt so extrem festlegen würde auf die Struktur, dann würde ich einfach nicht vorankommen und würde vor allen Dingen mir auch selbst einige Freiheiten nehmen. Deswegen, ich sehe das immer relativ locker. Ich habe eine grundlegende Struktur. Wenn diese grundlegende Struktur funktioniert, super, aber meist fällt mir während des Aufnahmeprozesses noch etwas ein und dann füge ich nochmal die ein oder anderen Sachen hinzu. Dann natürlich ist der nächste Punkt, und der ist super, super wichtig, dass du ein ökonomisches und ein schnelles Recording-Setup hast. In meinem Falle zum Beispiel habe ich meinen Fokus darauf gelegt, dass ich so effizient wie möglich meine Kurse aufnehmen kann. Nämlich, ich derzeit habe ein Greenscreen hinter mir, ich habe drei Softboxen, als Mikrofon benutze ich das Blue Yeti USB-Mikrofon, ich habe einen großen iMac, der wirklich, wirklich sehr stark ist. Da habe ich damals viel Geld investiert. Zum Glück habe ich damals noch einen Studentenrabatt für diesen Computer bekommen, weil ich glaube, ich hatte damals sowas wie 5000 oder sowas auf den Tisch gelegt für diesen Computer, aber dafür ist der halt auch wirklich, wirklich, wirklich schnell. Und ich muss ehrlich zugeben, dass das beste Investment war, das ich jemals getan habe, weil halt einfach vorher ich meine kompletten Kurse alle nur aufgenommen hatte auf einem Apple MacBook Pro und von der Leistung her kannst du einfach einen gut ausgestatteten iMac einfach nicht mit dem MacBook Pro vergleichen. Das macht einen riesen, riesen Unterschied. Als Kamera benutze ich übrigens eine Webcam, das heißt, ich habe jetzt noch nicht mal eine externe Webcam angeschlossen. Ich benutze wirklich die Webcam im Computer drin. Ich habe keine Kamera, zum Beispiel, also ich habe theoretisch eine Kamera, aber ich benutze sie nicht. Ich hatte früher zum Beispiel meine Videos aufgenommen mit einer Sony A5000, bloß das hat wieder den Prozess sehr, sehr langsam gemacht, weil ich dann immer die SD-Karte nehmen musste, beziehungsweise die Verbindung herstellen musste zu der Kamera, musste dann die Datei nehmen, musste die in das Bearbeitungsprogramm reinstecken und so weiter und so fort. Und das war halt alles relativ zeitaufwendig und ein bisschen kompliziert und das wollte ich einfach nicht. Mein Ziel war es, ein wirklich ökonomisches und ein schnelles Recording-Setup zu haben, weil ich natürlich nicht nur für Udemy-Kurse produziere, sondern halt auch für meine eigene Plattform. Ich habe Kurse auf allen möglichen Online-Kurs-Plattformen, ich habe natürlich auch diesen YouTube-Kanal und so weiter und so fort, übrigens mehrere YouTube-Kanäle und da muss ich halt überall Videos produzieren und das A und O ist dementsprechend, dass ich fix diese Videos produzieren kann und ich Ewigkeiten brauche, um ein Video fertig zu bekommen. Also das A und O, wenn ihr Online-Kurse aufnehmen möchtet und ihr möchtet nicht jetzt einen Monat für einen Kurs brauchen, das ist wie gesagt das A und O, dass ihr ein ökonomisches und ein schnelles Setup habt. Dann natürlich der vierte Punkt ist, du hast Erfahrung im Kurseaufnehmen. Glaubt mir, am Anfang hätte ich nie und nimmer so schnell Online-Kurse aufnehmen können. Zum Beispiel, viele Leute fragen mich, ob ich irgendwelche Notizkarten habe oder ob ich irgendwelche Stichpunkte habe, an denen ich mich orientiere. Das alles, was ich euch jetzt hier in diesem Video sage, ist nicht unbedingt improvisiert, aber ich habe halt keine Notizen, ich habe kein Skript, ich habe keinen Teleprompter oder ähnliches. Ich fange halt einfach an zu reden und ich habe ein paar Themen, über die ich gerne mit euch sprechen möchte und an denen handle ich mich praktisch entlang. Am Anfang hätte ich das nicht gekonnt. Ich weiß noch ganz genau, als ich meine ersten Kurs aufnahm, da hatte ich rechts neben mir ein kleines Papier liegen und ich hatte auf diesem Papier dann wirklich versucht, jeden Satz so zumindest ungefähr aufzuschreiben, wie ich ihn gerne hätte und dann habe ich immer wieder dort runter geguckt und habe probiert, irgendwie diesen Text auswendig zu lernen und es hat Ewigkeiten gedauert, um ein einzelnes Video aufzunehmen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich ziemlich genau, ich glaube, drei Videos abdrehe und dann sage, nee, das will ich nicht. Ich will halt einfach nicht auf ein Papier gucken und mich daran halten. Also, was ich dann gemacht hatte, war einfach nur Folgendes. Ich hatte praktisch dann mir überlegt, okay, wie kann ich die Kurse aufnehmen, ohne zum Beispiel so ein Skript zu haben. Dann dachte ich mir zuallererst irgendwie an einen Teleprompter. Vielleicht könnte ich ja den irgendwie aufstellen und mich daran irgendwie entlanghangeln. Bloß dann fiel mir halt einfach auf, dass die sinnvollste Strategie für mich war, einfach zu improvisieren in Anführungsstrichen, um mich daran entlang zu hangeln, was ich praktisch auf meinem Bildschirm sehe. Und genau deswegen habe ich auch relativ oft viele Stichpunkte, wie ihr es jetzt hier gerade seht. Dann ein weiterer Tipp, den ich euch geben möchte, ist der folgende. Nehme ich zum Beispiel bei Udemy. Bei Udemy ist es oft so, dass ich meine Kursbeschreibung, die ich für einen Kurs anfertige, auch als Text für das Promo-Video nehme. Zum Beispiel jetzt bei diesem Kurs, den ich gerade fertig gemacht habe, den Nebenerwerb-Meisterkurs. Da werdet ihr merken, dass dieses Promo-Video hier, das ihr sehen werdet, dass dieses Video hier praktisch fast denselben Text hat, wie diese Kursbeschreibung hier. Das macht es für mich einfacher, das Promo-Video aufzunehmen, weil dann muss ich nicht eine extra Kursbeschreibung schreiben und ein extra Skript für das Promo-Video. Also das wäre zum Beispiel auch wieder so eine Stelle, wo du halt ein wenig Zeit sparen kannst. Und ich mache das übrigens für jede Plattform. Das heißt auch, wenn ich jetzt auf CyberUd publiziere oder wo auch immer, ist es meist so, dass die Kursbeschreibung ungefähr meinem Promo-Video entspricht. Dann ein weiterer Tipp, den ich euch geben möchte, ist einfach der folgende, nämlich wenn ihr tatsächlich mit Online-Kursen Geld verdienen möchtet, dann könnt ihr natürlich eure Kurse nicht nur über eine Plattform verkaufen, sondern über ganz, 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 ganz viele Plattformen verkaufen. Und ich habe es jetzt schon öfter mal gesagt, nämlich ich versuche meinen gesamten Prozess komplett zu automatisieren, dass ich also meine Kurse nicht an jede einzelne Plattform irgendwie schicken muss, dass ich die dort hochladen muss, da Beschreibungen einfügen muss und so weiter und so fort. Das dauert viel zu lange, obwohl ich jetzt endlich einen Mitarbeiter bald habe, ab dem 1.4. Dann ist das ja noch eine Aufgabe, die man halt von anderen Leuten machen lassen kann, ohne dass ich dafür bezahlen muss. Nämlich, ich mache einfach folgendes, ich erstelle einen Ordner auf der Plattform Sync. Sync ist ein Tool, von dem ich nicht gesponsert bin, auch wenn es mich sehr freuen würde. Sync, wenn ihr das seht, sponsert mich. Nein, auf jeden Fall, Sync ist ein Tool oder Sync ist eine Plattform, wo du praktisch deine Dateien hochladen kannst. Das ist einfach ein Cloud-Service. Und ich habe zum Beispiel jetzt dieses Advanced Pro Teams Tool, das kostet mich gerade mal 15 Dollar pro Monat und dafür habe ich 10 Terabyte Online-Speicher. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Plattform auf mich zukommt und sagt, du Leon, ich würde gerne deine Kurse über meine Plattform verkaufen, dann kann ich halt einfach meinen Ordner nehmen, schicke die weiter an die unterschiedlichen Plattformen und zack, habe ich dann meine Kurse auch auf diesen Plattformen drauf, ohne, dass ich sie habe hochladen müssen. Und das macht natürlich den Prozess um einiges einfacher. Übrigens, wenn ihr mehr rund ums Thema Online-Kurse lernen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich mein Online-Kurse-Meisterkurs. Das ist ein über 10 Stunden langer, riesiger Kurs rund ums Thema Online-Kurse produzieren. Ich zeige in diesem Kurs alles, was ihr wissen müsst rund ums Thema Online-Kursproduktion. Wir sprechen auch über Gewerbeanmeldungen, Rechnungen, Schreiben, steuerliche Grundlagen, Themenfindung, Kurserstellung haben wir hier, dann Promo-Video erstellen, Online-Kurse verkaufen, Udemy FAQ, Udemy Wachstumsstrategien, Online-Akademie auch immer mit Teachable, habt ein Riesenkapitel, Self-Hosting, Private-Label-Rights und so weiter und so fort. Also alles, was ihr braucht, um Online-Kurse zu verkaufen. Und den Kurs gibt es derzeit gerade mal für 16,66 Dollar. Also wirklich, wirklich, wirklich günstig. Und dafür kriegt ihr halt eine gigantische Masterclass. Deswegen würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch in den Kurs einschreiben könntet. Link zum Kurs ist in der Videobeschreibung. Sonst natürlich, ich bin nicht besonders perfektionistisch. Ich glaube, das merkt ihr auch. Wenn ich jetzt jedes M und M aus meinen Videos rausschneiden würde, würde es ewig dauern, meine Kurse zu produzieren. Ich weiß, vielleicht viele von euch stört es vielleicht, dass ich das nicht rausschneide. Ich weiß aber auch von, sage ich jetzt mal, den Kundenbewertungen, dass eigentlich sich kaum einer bisher darüber beschwert hat, dass mal ein M oder mal ein M in dem Video drin ist, das sie schauen. Also sei nicht zu perfektionistisch, versuche das rüber zu bringen, was du glaubst, was richtig ist, wovon du weißt, dass es den Leuten Mehrwert bietet. Und vor allen Dingen versuche halt auch, einfach du selbst zu sein. Nämlich es gibt sehr viele Online-Kursdozenten, die finde ich sehr gekünstelt vor der Kamera wirken. Ich hoffe, ich wirke nicht so. Ich habe immer das Gefühl, dass ich so vor der Kamera bin, wie ich es auch im echten Leben bin. Und ich glaube, das ist halt auch das A und O. Also seid nicht zu perfektionistisch, seid ihr selbst. Versucht nicht zu abgelesen, das Ganze zu machen, weil das mögen auch die meisten Schüler nicht. Dann natürlich, sei präzise und halte dich kurz. Ich bin jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass ich kurze Kurse mache, aber ich probiere zumindest in meinen Lektionen relativ präzise zu sein. Das heißt, ich sage, das und das und das Tool brauchst du, die und die Strategien funktionieren, mach das mal. Das zum Beispiel ist halt meine Vorgehensweise und das kann ich halt auch dir sehr empfehlen. Also sei präzise, was deine Kurse angeht, und halte dich kurz, weil wenn du präzise Dinge abarbeitest, dann wirst du relativ schnell mit den unterschiedlichen Lektionen fertig werden. Du musst ja keine gigantischen Kurse wie ich erstellen, du kannst auch einfach kleine Kurse machen, zum Beispiel, sagen wir mal, ein, zwei Stunden lange Kurse und halte dich dann kurz, was die unterschiedlichen Lektionen angeht, und dann wirst du halt auch eins nach dem anderen Video fertig bekommen und dementsprechend relativ bald auch mit dem kompletten Kurs fertig sein. Und dann die letzte Strategie ist einfach nur nochmal die folgende. Das ist nicht unbedingt eine Strategie, aber es ist, denke ich mal, die Wahrheit. Nämlich sei konzentriert und arbeite ohne Pausen. Ihr werdet nicht sechs Stunden aufnehmen können innerhalb von drei Tagen, wenn ihr beispielsweise jetzt, ja, viel Däumchen dreht. Also soll ich jetzt nicht böse anhören, ihr wisst, was ich meine. Aber man muss halt einfach sehr, sehr diszipliniert sein. Es ist eine extrem anstrengende Aufgabe. Es erfordert sehr, sehr viele Stunden, jeden Tag solche Kurse aufzunehmen. Ihr müsst natürlich die ganzen Content vorbereiten, müsst ihn schneiden, müsst ihn hochladen, müsst für jeden einzelnen Kurs, müsst die Beschreibung anfertigen, für jede einzelne Lektion, fertig eine Beschreibung an, ich muss mich darum kümmern, dass ich das Promo-Video aufnehme, das schneide, das muss richtig schön sein und so weiter und so fort. Also es gehört doch schon sehr, sehr viel dazu. Und der einzige Weg, wie ihr es hinbekommt, tatsächlich diese ganzen Aufgaben zu erledigen, ist, indem ihr extrem diszipliniert seid und halt wirklich ohne Pausen arbeitet. Also ich möchte jetzt nicht, dass ihr euch irgendwie halb tot arbeitet, bitte, bitte nicht. Aber bei mir ist es zumindest so, dass ich probiere, komplett ohne Pausen zu arbeiten, das heißt kontinuierlich Dinge fertig zu bekommen und dann brauche ich auch meistens keine jetzt irgendwie 16, 18 Stunden am Tag, um meine paar Stunden Content fertig zu kriegen, sondern meist reichen da in Anführungsstrichen nur 10 Stunden aus, um halt meine täglichen Ziele, was Online-Kurse angeht, zu erreichen. Genau, das sind meine Tipps rund ums Thema Online-Kurse mit hoher Geschwindigkeit erstellen. Nochmal, es ist absolut meines Erachtens nichts verwerflich daran, wenn man schnell ist, darin Video-Content aufzunehmen. Ich denke, es ist sogar ganz gut, weil man dann jetzt nicht Ewigkeiten braucht, um Produkte fertigzustellen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn du Ewigkeiten brauchst, um Produkte fertigzustellen und immer wieder aus dem Aufnahmeprozess rausgerissen wirst, dann bist du einfach nicht so vielleicht konzentriert und möglicherweise auch nicht so ganz mehr im Thema drin oder kannst vielleicht auch zu Doppelungen kommen und das ist ein bisschen unschön, aber wenn ich halt Videos hintereinander aufnehme, dann weiß ich, okay, das habe ich schon gemacht, jetzt muss ich mit dem Thema weitermachen, mit dem Thema muss ich abschließen und so weiter und so fort und dann, finde ich, haben die Kurse auch meist eine bessere Struktur, einen noch besseren roten Faden und vor allen Dingen keine Doppelungen drin. Aber gut, das war es dann hier für dieses Video. Wenn du dich in meinen Kurs einschreiben möchtest, nämlich den Online-Kurse-Meisterkurs, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung rein, dort lernst du alles, was du wissen musst rund ums Thema Online-Kurse. Ich denke, wie gesagt, der Kurs wird dir sehr gefallen. Wirklich mein ganzes Wissen, was Online-Kurse angeht, ist da drin. Ich update den Kurs dauernd, das heißt, wenn irgendwas Neues mir einfallen sollte, wenn es etwas gibt, wo ich sage, das funktioniert, das ist praktisches, getestetes Wissen, dann tue ich das auch sehr, sehr gerne weiterhin in den Kurs rein. Du kannst mir übrigens auch jederzeit innerhalb von meiner Plattform schreiben, das heißt, wir können dort auch einfach mal miteinander in Anführungsstrichen chatten, also du kannst, wie gesagt, mir eine Nachricht schreiben. Ich antworte dann auf deine Nachrichten und genau, da kann ich dir am schnellsten weiterhelfen. Übrigens, ich habe natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung das Logbuch hier verlinkt, das heißt, dort wirst du dann immer sehen, welche Kurs ich derzeit publiziere. Sobald der Kurs draußen ist, wird praktisch auch der Kurs hier verlinkt, sodass du halt auch sehen kannst, welche Kurse das sind. Ich hoffe, das interessiert euch vielleicht und genau, dort könnt ihr es, wie gesagt, nachverfolgen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Link zum Kurs ist in der Videobeschreibung. Danke euch, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.